Die EU hat im April die Einführung einer Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten beschlossen. Bis zu 60 Einzeldaten, etwa Kreditkarteninformationen, Essenswünsche und Angaben über den gesundheitlichen Zustand von Reisenden, die von Fluggesellschaften zur Verbesserung des Service gesammelt werden. Die sollen fünf Jahre lang auf Vorrat gespeichert werden und diese Datensammlungen werden für den Kampf angeblich gegen den Terrorismus und schwere Kriminalität benötigt, so die Behauptung. Beweise für den Nutzen der Datensammelwut gibt es aber bis heute nicht. Dennoch hat man sich für die Einführung dieser mit massiven Grundrechtsverletzungen einhergehenden Dauerüberwachung entschieden. Und die Mitgliedstaaten sind nun mit der Einführung dieser Maßnahme gut beschäftigt. Über den Stand dieser Umsetzung sprechen wir mit Alexander vom Verein Digitale Gesellschaft. Ich grüße dich, schön, dass du mal wieder da bist. Hallo, hi. Ja, wir haben schon oft über das Thema gesprochen, aber für die, die es nicht so richtig auf der Pfanne haben, sage ich mal, was genau ist nochmal die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten? Was wird da von wem genau gespeichert? Bei dieser Vorratsdatenspeicherung wird jeder Flug und jeder Passagier erfasst. Also jedes Mal, wenn ich mich von A nach B bewege, fallen eben extrem viele Daten an. Airlines brauchen diese Daten, um so einen Flug zu organisieren. Das bedeutet, wenn ich eben meinen Sitzplatz buche, dass ich dann tatsächlich auch da sitzen kann. Wenn ich im Vorfeld sage, ich möchte zum Beispiel vegetarisches Essen, das muss ja auch gespeichert werden, damit es mir dann auch eben da geliefert werden kann. Und all diese Daten, die eben Airlines sammeln, um so einen Flug halt eben so zu gewährleisten, dass er auch funktioniert, werden jetzt an Ermittlungsbehörden weitergegeben und dort auf Vorrat gespeichert. Die Daten werden dann in Europa, in Deutschland zum Beispiel für fünf Jahre auf Vorrat gespeichert. Bis zu 60 Einzeldaten sind das am Ende des Tages und werden dann eben analysiert. Und man will so gegen Terrorismus und schwere Kriminalität vorgehen. Man kennt das auch schon aus dem Ausland. In den USA wird das schon sehr lange gemacht. Also seit 2001 wird das dort schon gemacht. Und dort werden eben auch diese Daten analysiert. Wer kommt ins Land? Wo kommen die her? Welche Reiserouten nehmen die? Und was haben eben diese Leute an Gepäck und so weiter dabei? Und dann wird eben analysiert aus diesem riesengroßen Datensatz. Und dann werden Ableitungen gemacht, wer jetzt zum Beispiel eben möglicherweise ein Terrorist ist. Ja, genau. Also frage wir auch nach, was schauen genau die Ermittlungsbehörden? Worauf achten sie? Und wie wollen sie etwa ja Terroristen, die du gerade angesprochen hast, gerade durch diese Datenanalyse erfassen? Das ist das große Problem. Das bleibt vollkommen unklar. Es gibt eben auch überhaupt keine Beweise für diesen Nutzen dieser Datensammelwut. Wie gesagt, wenn man zum Beispiel in die USA schaut, dort gibt es zum Beispiel sogenannte No-Flight-Orders. Das bedeutet eben, wenn eben durch die Datenanalyse herausgefunden wurde, dass jetzt zum Beispiel möglicherweise jemand ein Terrorist ist, dann darf der nicht an Bord des Flugzeug, darf eben die Reise nicht antreten. Und auf diesen No-Flight-Listen, da stehen dann auch dreijährige Kinder, die unter Terrorismusverdacht stehen, berühmte Persönlichkeiten, jetzt Mandela-Standard zum Beispiel mal drauf. Also gibt es immer wieder eine Reihe von ziemlich auffälligen Fehlern, dass eben das System überhaupt nicht funktioniert. Auf der anderen Seite wird uns nie gesagt, wir haben den und den Terroristen zum Beispiel schnappen können durch diese Datenanalyse. Und das ist das Problem, dass wir überhaupt nicht wissen, welche Datengrundlage jetzt dazu führt, dass jemand als Terrorist eingestuft wird. Es gibt so Vermutungen, also sowas wie zum Beispiel innereuropäisch mit Übergepäck fliegen könnte zum Beispiel so ein Indiz sein. Oder eben auch klassische Reiserouten, also wo fliegen Leute eben lang. Das könnten zum Beispiel Ermittlungsbehörden analysieren. Aber ob das eben konkret dazu führt, dass Terroristen überführt werden können, dafür gibt es bisher keinen Beweis. Und es wird eben auch nicht gesagt, welche Daten jetzt genau genutzt werden. Wir fragen uns natürlich die ganze Zeit, warum zum Beispiel sowas wie eine Essensinformation für irgendwas relevant sein soll, um Terroristen zu jagen. Also das ist ja nicht bekannt, dass Terroristen jetzt alle nur das eine Essen essen oder sowas. Hat das denn insgesamt Auswirkungen auch auf uns, also als Normalreisende? Wie sind wir betroffen davon? Auf jeden Fall, denn es ist eine anlasslose Massenüberwachung, die da stattfindet. Also jeder Reisende wird per se wie ein Verdächtiger behandelt und diese Daten werden eben auch fünf Jahre lang auf Vorrat gespeichert. Das bedeutet, die Ermittlungsbehörden können eben nachschauen, was ich vor fünf Jahren auf einem Flug zwischen Berlin und London gegessen habe und eben diese Daten dann auch nutzen. Und auch da wieder, wenn wir eben in die USA schauen, wo es diese No-Flight-Ordos gibt und dann ein dreijähriges Kind eben nicht fliegen kann, das ist natürlich ein massiver Eingriff in das Grundrecht auf Reisefreiheit. Und das droht natürlich jetzt hier eben auch in Europa zu kommen, dass also völlig unbescholtene Bürger in das Visier von Ermittlungsbehörden geraten und dann eben mit Grundrechtseingriffen konfrontiert sind, obwohl sie überhaupt nichts gemacht haben. Die Daten sollen ja dann im Anschluss zwischen den Mitgliedstaaten und Europol und der Europäischen Polizeibehörde also ausgetauscht werden. Wie funktioniert das? Das ist eben jetzt der Punkt, an dem wir jetzt sind. Also diese Vorratsdatenspeicherung hat man sich am Anfang des Jahres darauf verständigt, dass man die einführen will. Und jetzt sind die Mitgliedstaaten damit beschäftigt, erstmal überhaupt Standards zu schaffen. Denn der Plan ist, dass jeder Mitgliedstaat einzeln eine sogenannte Zentralstelle aufbaut. Also Deutschland hat eine Zentralstelle, die Niederlande hat eine Zentralstelle, Spanien und so weiter und so fort. Und diese sollen die Daten von den Airlines bekommen und speichern und dann wiederum untereinander austauschen. Das bedeutet, man braucht gleiche Formate und man braucht natürlich auch bestimmte Standards, wann überhaupt diese Daten warum ausgetauscht werden sollen. Also und so wie es jetzt aussieht, wird das ein riesengroßer, unüberblickbarer Haufen, der da entsteht. Also wann soll jetzt Deutschland, zum Beispiel Spanien Bescheid sagen, dass sie jetzt möglicherweise hier eben bestimmte Daten haben wollen oder denen bestimmte Daten schicken. Und darüber verständigt man sich jetzt eben gerade in der Europäischen Union. Es gibt zum Beispiel Länder wie die Niederlande, die so ein System schon länger haben. Dann gibt es aber auch Staaten, die haben eigentlich gar nicht die Kapazitäten dafür. Also insbesondere kleine EU-Staaten, die auch noch andere Gesetze auf den Weg bringen müssen, andere Maßnahmen umsetzen müssen. Und die sind jetzt eben auch damit befasst, so eine PNA-Zentralstelle aufzubauen. Und die schauen dann vor allen Dingen eben in die anderen Länder, die mehr Kapazitäten haben oder da Erfahrungen schon haben und versuchen dann eben gemeinsame Standards zu finden. Und auch völlig unklar ist eigentlich so die Rolle von Europol. Also wann die jetzt zum Beispiel Daten haben können, wann die Daten anfordern können, wer da drüber schaut, also wann jetzt Europol zum Beispiel da hingeht und sagt, wir wollen den Datensatz von Person XY haben, müssen die das dann begründen. Das ist eben alles vollkommen unklar und hier versuchen jetzt eben die europäischen Staaten ein bisschen Klarheit reinzubringen. Du hast eben schon PNR-Daten gesagt, vielleicht nochmal kurz erklären, was heißt das PNR oder PNR? PNR ist eben Passenger Name Record, das sind eben diese Fluggastdaten. Fluggastdaten, das ist eben zusammengefasst, diese 60 Einzeldaten oder bis zu 60 Einzeldaten, die pro Flug- und Passagier anfallen, die sind zusammengefasst unter dem Namen PNR, Passenger Name Record, eben Fluggastdaten. Okay und gerade diese sollen eben auch mit anderen bereits bestehenden Datenbanken abgeglichen werden. Welche Datenbanken betrifft das genau und was genau passiert dann da? Das ist das Interessante, denn jetzt fängt man an, diese Richtlinie umzusetzen, also diese Zentralstellen aufzubauen. Und jetzt kommen halt immer weitere Ermittlungsbehörden und sagen, wir wollen auch gerne Zugriff auf diese Daten haben und wir wollen die Daten eben nicht nur für Terrorismusbekämpfung zum Beispiel nutzen oder für schwere Kriminalität zum Beispiel, sondern auch um Zollvergehen zu ahnden oder eben auch Immigration in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren. Also jetzt kommen halt immer mehr Stellen, die gerne hier auch auf diese Daten zugreifen wollen und es gibt zum Beispiel das Schengener Informationssystem, da werden dann zum Beispiel alle Pässe zusammengetragen, die irgendwann mal gestohlen wurden oder die verloren gegangen sind. Und mit diesen Datenbanken sollen jetzt diese PNA-Daten auch noch abgeglichen werden. Hinzu kommt noch, dass die Daten auch zum Beispiel mit Interpol-Datenbanken abgeglichen werden. Also man merkt, dass noch bevor die Maßnahme eigentlich umgesetzt ist, also 2018, sollte es dann tatsächlich praktisch losgehen im Mai 2018. Und jetzt fängt man schon an zu sagen, ja wir wollen hier eine Ausweitung, wir wollen da noch Datenbanken mit aufbauen, wir wollen hier noch in neue Datenbanken mit rein und abgleichen. Und daran erkennt man, dass eben jetzt schon eben das, was wir am Anfang immer gesagt haben, was droht, eben eine Ausweitung dieser Vorratsdatenspeicherung schon jetzt schon praktisch anfängt, bevor eigentlich die Maßnahme tatsächlich durchgeführt wird. Ja und dann geht es ja noch weiter. Andere Staaten, die fordern auch schon eine Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung auf andere Verkehrsmittel, wie zum Beispiel Schiffe oder auch Bahnen. Ja was kommt da alles noch auf uns zu, Alexander? Ja das ist, es droht die Totalüberwachung des Reiseverkehrs. In Belgien hat man jetzt einen Gesetzentwurf eingebracht, dort will man in den nächsten Monaten schon so weit gehen, dass eben neben diesen Fluggastdaten auch Busse, Schiffe und Bahnen überwacht werden. Das bedeutet, man kann nicht mehr einfach so in die Zughalle gehen und dort ein Ticket bar kaufen, in den Zug fahren und losfahren, sondern man muss das eben 24 Stunden vorher kaufen, personalisiert. Das bedeutet, man muss sich ausweisen und dann wird man auch kontrolliert, wenn man in den Zug einsteigt. Also es entstehen immer mehr solche Boarding-Situationen, wie wir sie eben aus dem Luftverkehr kennen. Die sollen jetzt auch auf andere Verkehrsmittel ausgedehnt werden. Auch hier gab es schon in der Vergangenheit immer wieder Staaten, die gesagt haben, wir wollen das auch auf europäischer Ebene. Die Briten waren damals eben eine treibende Kraft, jetzt halt nicht mehr. Aber jetzt fangen auf einmal die Belgier an, so eine Maßnahme dann auch direkt einzuführen. Und die Frage ist, wann dann halt die ersten Mitgliedstaaten folgen. Und es droht eben, dass wir gar nicht mehr spontan reisen können, dass wir immer 24 oder 48 Stunden vorher eben ein Ticket kaufen müssen, dass diese Daten auch immer ausgetauscht werden, also dass ich nicht mehr unpersonalisiert von A nach B reisen kann. Und das führt natürlich dazu auch, dass dieser gesamte Reiseverkehr extrem verlangsamt wird. Weil wenn ich jetzt anfange, an Bahnhöfen auch so eine Boarding-Situation zu schaffen, wie wir es von Flughäfen kennen, dann reicht es eben nicht mehr, wenn ich drei Minuten, bevor der Zug losfährt, am Bahnhof bin, sondern muss ich vielleicht zwei oder drei Stunden vorher da sein, nur um dann von Berlin mal nach Hamburg fahren zu können. Und das ist natürlich auch eine massive Einschränkung, auch hier wieder der Reisefreiheit, die für die Menschen droht. Und deswegen kämpfen wir eben so intensiv gegen diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Ja, ein höchst interessantes Thema. Viele lassen das vielleicht zu uns nicht vorbeiziehen. Man liest es, man schneidet es an und denkt, ja, mach doch mal, ja, bin ich doch gar nicht so wirklich betroffen. Letztlich haltet ihr den Finger für uns in die Wunde. Und es ist gut, dass wir mit dir nochmal ins Detail gehen konnten zur Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft hat uns da nochmal auf den neuesten Stand gebracht. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Danke.